Und wieder Aluminium! Unglaublich! Die Latte und der FC Rottenburg zieht ins Finale ein. Wow, was schönes Ding! Und dieser freut sich! Geil! Hallo und herzlich willkommen. Vorentscheidung Folge 5 glaube ich, wenn ich mich nicht richtig entsinne. Es ist die Nummer 5. Es ist die Nummer 5 und es ist eine sehr spezielle und eigentlich auch eine sehr kurze Folge. Wir sind kurz vor Pfingsten. Das bedeutet, viele liegen, ruhen. Der Ball wird nicht laufen auf den Sportplätzen. Auf manchen dafür schon. Es gibt viele Nachholspiele auch. Ich würde sagen, wir starten aber einfach direkt mal rein. Heute nicht Liga chronologisch, sondern ein bisschen anders, eher so zeitlich chronologisch. Ihr werdet es selber merken. Und ich übergebe gleich mal an meinen kongenialen Partner Stefan. Was für eine tolle Einkönigung, Matze. Ich bedanke mich. Servus Leute! Ich habe euch als erstes ein Spiel aus der Verbandsliga mitgebracht. Anpfiffszeit kommenden Samstag 14 Uhr. Und es geht um den TSV Ilzhofen. Und die empfangen den VfL Fulling. Der TSV Ilzhofen, aktuell Tabellenzwölfter mit 40 Punkten, empfängt, wie gesagt, den VfL Fulling. Diesen Zehnter mit 42 Punkte. Sprich, da könnte man vorbeiziehen. Eine absolute Vorentscheidung. Wir haben noch drei Spieltage zu gehen in dieser Saison. Der TSV Ilzhofen schaut auf eine negative Tordifferenz von 57 zu 64. Da ist der VfL Fulling ein bisschen fairer bisher in der Saison gewesen. Mit 55 Toren und ebenfalls 55 Toren gefangen. Auch die aktuelle Formkurve beider Mannschaften lässt jetzt nicht gerade einen Favoriten sich rauskristallisieren. Die TSV haben mit zwei Unentschieden im Sieg und zwei Niederlagen. Der VfL Fulling mit einem Sieg, einer Niederlage, Unentschieden, Niederlage, Sieg. Also alles dabei in den letzten Wochen. Hinspiel ging Unentschieden aus. 1 zu 1. Und es ist jetzt auch wieder keine Partie, wo wir sagen können, hier trifft eine heimstarke Mannschaft auf ein starkes Auswärtsteam. Sondern ganz im Gegenteil, für beide nicht gerade der beste Platz, zumindest im Hinblick auf die Saison. Die TSV tut sich schwer zu Hause. Der VfL Fulling ebenfalls auswärts wenig Punkte geholt. Ilzhofen in der Hinrunde die bessere Mannschaft gewesen. Der VfL Fulling dafür in der Rückrunde mit mehr Zählern. Ich glaube, es ist auf jeden Fall eine ausgeglichene Partie. Es ist eine Partie, in der es um sehr viel geht. Wir haben beim TSV Ilzhofen einen Top-Torjäger in Form von Michael Eberlein, der auf 12 Tore gekommen ist bisher. Dominik Grauer mit 7 Toren der beste Torjäger beim VfL Fulling. Und da bekomme ich jetzt gerade ein bisschen Déjà-vu, wenn ich so an früher denke. Ist Dominik Grauer einfach immer, wo er kickt, irgendwo der beste Torjäger. Der aktuelle Stand in der Tabelle sieht wie folgt aus, dass wir mit dem VfL Sindelfing den Tabellen 11. 40 Punkte. Der FV Biberach, Tabellen 13. ebenfalls 40 Punkte. Und auch die SSV Ehing Süd mit 38 Punkten ist hier noch nicht ganz abgeschnitten. Der VfL Fulling muss natürlich jetzt auch nach dem, und es bleibt für mich Grüße an Jan Herrmann, ein Fiasko, ein Skandal, was mit der zweiten Mannschaft passiert ist, die müssen das natürlich besser machen. Der VfL Fulling 1, für mich mittlerweile eigentlich auch kein Fahrstuhlteam mehr, sondern eine gestandene Verbandsligermannschaft. Ich bin auch überzeugt davon, dass der VfL Fulling die Klasse hält. Ich glaube aber nicht, dass es am kommenden Wochenende für einen Sieg bei Ilzhofen reicht. Ich gehe da mit dem Hinspielergebnis und tippe auch auf ein Remis. Der VfL Fulling entscheidet das dann lieber daheim am Jan-Haus vor eigener Kulisse. Ich glaube, was für den VfL Fulling ganz praktisch auch wäre, klar ist das manchmal leichter gesagt, Thema Neuner, Thema Stürmer. Sieben Tore, dein Top-Torjäger, ist schon wenig. Ich habe sonst gar nichts mehr zur Verbandsliga. Wir können von mir aus gerne noch weitergehen. Wir machen weiter und gehen direkt eine Liga hoch zu einem anderen Verein, mit dem wir es in den letzten Wochen gelegentlich zu tun hatten und der ebenfalls in einer Krise steckt. Es geht natürlich um den SSV Reutlingen in der Oberliga. Die spielen am Wochenende, Samstag 15.30 Uhr beim FC Nöttingen. Der FC Nöttingen, Tabellen 11 mit 42 Punkten. Der SSV Reutlingen mit Tabellen 13 mit 37 Punkten. Letzte Woche war die Partie gegen Holzhausen. Ich habe mir von mehreren Seiten sagen lassen, dass es keine ansehliche Partie war, dass beide Mannschaften sehr viel, um es genau zu sagen, hat man zu mir gesagt, da wurde getrabt teilweise. Ja, also beide Mannschaften wollten scheinbar nicht richtiges Risiko gehen. Wir gucken uns den FC Nöttingen mal geschwindet an. 63 zu 65 Tore im Verhältnis. Der SSV hat 45 zu 58. Gut, da hat sich nichts geändert natürlich. Die Form von Nöttingen, die ist auf jeden Fall besser. Niederlage, drei Siege und eine Niederlage. Der SSV hat in den letzten fünf Partien keinen Sieg verbuchen können. Unentschieden, Niederlage, Unentschieden und ebenfalls davor zwei Niederlagen. Das Hinspiel hingegen ging 3 zu 2 für den SSV Reutlingen aus, vor heimischer Kulisse. Generell gab es seit dem September 2011 19 Partien mit zwölf Siegen für Nöttingen. Zwei Unentschieden und nur fünf für den SSV. Top-Torjäger beim FC Nöttingen ist Nikolaus Dobros mit 14 Tore. Er hat damit ein Tor mehr wie der Top-Torjäger vom SSV Reutlingen, Gorgiolone mit 13 Buden. Ist eine Partie auf Augenhöhe. Gar keine Frage, ist eine Partie auf Augenhöhe. Der SSV Reutlingen muss. Da baue ich den Druck auf jeden Fall weiterhin auf. Ja, ich finde, da hätte man schon gegen Holzhausen gewinnen dürfen letzte Woche und sich natürlich ganz wichtig Luft verschaffen. Was natürlich noch für den SSV oder was den praktisch noch in die Karten spielt, ist, dass wahrscheinlich weniger Mannschaften absteigen. Wir gehen aber jetzt noch mit der aktuellen Tabelle und da belegt man noch den ersten Abstiegsplatz. So, und was du gar nicht jetzt erwähnt hast und was mir aber gerade auffällt, das ist der letzte Spieltag. Das ist der allerletzte Spieltag in der Oberliga. Und das bedeutet, der SSV muss gewinnen. Die haben gar keine andere Wahl und hoffen, dass Offenburg verliert. Dann sind sie punktgleich mit Offenburg, haben aber das deutlich bessere Torverhältnis und wären damit raus aus dieser Abstiegszone. Für dich gehört der SSV in diese Oberliga, hast du gemeint. Absolut. Und auf gar keinen Fall in die Verbandsliga. Nee, das wäre ein Unding. Also SSV-Reutling in der Verbandsliga wäre für mich ein Unding. Dann würde der Verein seine Attraktivität damit komplett verlieren, weil zum SSV zu gehen ist momentan auch mit der Oberliga attraktiv. Es ist also die wirklich allerletzte Chance für den SSV, sich doch mal da unten irgendwie rauszumogeln. Und wenn sie das schaffen, dann haben sie echt Glück gehabt am Ende. Falls es sportlich für den SSV am Wochenende nicht reicht, dann muss man natürlich hoffen, dass das mit den weniger Absteigern funktioniert. Ja, so ist das so in dem Amateurbereich halt. Matze, ich glaube, wir machen bei dir weiter. Richtig. Und zwar in der Landesliga 3. Und dort kommt es zu einem für mich, ich habe schon in den letzten Wochen oft darüber gesprochen, dass es da oben in der Relegation sehr, sehr eng zugeht und irgendwie sehr, sehr spannend ist. Also ich finde es zumindest sehr spannend. Wir haben da insgesamt noch drei Spiele. Manche Mannschaften mehr, manche Mannschaften weniger. Aber bei den Mannschaften, worüber ich jetzt reden möchte, die haben beide noch drei Spiele. Und zwar ist das SV Nehren gegen Young Boys Reutlingen. Ich hatte schon mal den SV Nehren gesprochen und habe gesagt, die haben sich irgendwie ein bisschen hochgemogelt an diesem Relegationsplatz. Ich habe das nicht mitbekommen gehabt. Jetzt sind sie aber da, weil die haben oft da Dinge geschlagen. Und auf einmal sind es nur noch vier Punkte Unterschied zur Relegation zum TSV Eningen. Und vor ihnen auf dem dritten Platz ist Young Boys Reutlingen. Und da kommt es jetzt zum Duell. Und das wird sehr spannend. Young Boys haben 52 Punkte, Nehren 49 Punkte. Sollte Nehren also gewinnen, auf einmal ist man punktgleich mit denen. Hat zwar das deutlich schlechtere Torverhältnis, aber man ist doch zumindest mal punktgleich. Und wenn Eningen verlieren sollte, ist man auf einmal nur noch einen Punkt von der Relegation entfernt. Und das kann sehr, sehr schnell passieren, weil danach noch zwei Spielen, die zu absolvieren sind. Torverhältnis, ich habe es schon gesagt, Nehren etwas schlechter als Young Boys. Young Boys hat 59 geschossen, 41 kassiert. Young Boys mit 79 geschossen und 37 kassiert. Das spricht für eine Wahnsinns-Offensive, das habe ich auch schon mal gesagt. Die haben da vorne einfach, glaube ich, einen Sturm, der einfach eine pure Qualität hat. Die aktuelle Form spricht etwas mehr für den SV, für Nehren. Vier Siege, ein Unentschieden, also sind seit fünf Spielen ungeschlagen. Young Boys ein bisschen durchwachsen, eine Niederlage, zwar auch seit vier Spielen ungeschlagen, aber immer abwechselnd unentschieden und ein Sieg. Die haben jetzt aber, muss man fairerweise auch dazu sagen, Tuss Ergenzing aus dem Stadion gefeuert mit einem 7-1-Sieg. Also die haben ein Selbstbewusstsein, soll es da nicht scheitern, glaube ich. Klassischer Kantersieg, ja. Das Hinspiel endete 3-2 für Young Boys. Und ich habe mir das mal genauer angeschaut, weil das 3-2 klingt für mich nach einem sehr engen Spiel. Tatsächlich hat Young Boys 2-0 geführt nach 25 Minuten. Nehren noch vor der Halbzeit zwei Tore geschossen. Und dann aber erst in der 81. Minute fiel der 3-2 Endstand. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass im Rückspiel das genauso gut sein könnte, dass das passieren wird. Besondere Spieler, ich habe mir auch letzte Woche schon erwähnt, oder vorletzte Woche, Alexander Krizic, der Stürmer, hat jetzt auch einen Dreierpack gegen Ergenzing geschossen und steht auf Platz 1 der Torjägerliste. Genau, Nehren ist für mich, ich konnte da jetzt keinen Spieler festmachen, der da überperformt. Für mich ist Nehren eine geschlossene Mannschaft, die halt über diesen Teamgeist kommt. Die Jungs spielen da, glaube ich, schon seit sehr, sehr vielen Jahren zusammen. Man kennt sich, egal auf welcher Position. Und das macht diese Mannschaft einfach aus. Ich glaube, wenn jemand Young Boys schlagen kann, dann gerade sie. Wobei man natürlich auch sagen kann, dass Young Boys mit diesem gefährlichen Sturm und dieser Geschwindigkeit, mit der sie kommen, den Abwehrspielern von Nehren ein bisschen den Rang ablaufen könnten. Für mich trotzdem, gerade wegen diesen ganzen Aspekten, die ich jetzt gesagt habe, ein sehr ausgeglichenes Spiel. Ich kann, ich tue mir schwer, da was vorherzusagen, wer da die Nase vorn hat, wer dieses Spiel für sich entscheiden wird. Wie gesagt, sollte Nehren gewinnen, sind sie zumindest mal punktgleich. Und nur noch, wenn Ergenzingen verliert, ein Punkt hinter Relegation. Und dann ist es ein absoluter Dreikampf, wo alles Mögliche passieren kann. In den letzten beiden Spielen entscheidet sich dann, wer die Relegation für sich entscheidet. Du hast es angesprochen, Nehren lief unterm Radar. Die letzten Jahre, immer so eine Mannschaft, nichts mit dem Abstieg zu tun gehabt. Oben vielleicht mal ein bisschen geärgert, aber überwiegend immer mit einem soliden Mittelfeldplatz. Und auch in den letzten Wochen, gerade in unserer Berichterstattung, da hatten wir auch kein Auge richtig auf Nehren. Wir haben über offterding viel gesprochen, über Young Boys und was da oben passieren könnte. Und Nehren hat sich einfach herangeschlichen und jetzt sind sie drin. Also ich würde sagen, wer sonst am Sonntag ist ja Pfingsten. Also man hat glaube ich nicht so viel zu tun, vor allem weil am Montag auch Feiertag ist. Wer aus der Region kommt oder Lust auf Fußball hat, gerne nach Nehren fahren, sich dieses wirklich Topspiel anschauen. Da wird glaube ich auch fußballerisch einiges geboten sein. Und jetzt machen wir nochmal einen etwas größeren Sprung von den Ligen her nach unten und gehen in die A2 in den nördlichen Schwarzwald. Da spielt am Montag um 15 Uhr die SGM ASV Bild-Echingen, beziehungsweise eine Spielgemeinschaft, gegen den SV Eutingen. Bild-Echingen Platz 7, 32 Punkte, für die geht es um gar nichts mehr. Die sind gesichert, weder nach unten noch nach oben, keine Chance. Aber SV Eutingen, 2. Platz, 55 Punkte, haben zum jetzigen Zeitpunkt 2 Spiele weniger als der Tabellenführer Wittershausen, hatten vorher sogar 3 Spiele weniger. Das erste Wiederholungsspiel oder Nachholspiel haben sie aber gewonnen. Von dem her sind sie zumindest mal etwas rangekommen auf 3 Punkte. Und ihre aktuelle Form spricht natürlich für den SV Eutingen. Haben die letzten 5, beziehungsweise 6 Spiele sogar, glaube ich, oder noch mehr, haben alle gewonnen. Die Gastgeber, ja, dagegen nicht so gut. Zwei Niederlagen, Sieg, Unentschieden, Sieg. Also ehemaligen seit 3 Spielen ungeschlagen. Haben da vielleicht auch jetzt ein bisschen Selbstvertrauen geschnuppert und wollen jetzt vielleicht auch ein bisschen den SV Eutingen daran ärgern, da auf diesen 1. Platz zu springen. Allerdings, ja, das Hinspiel ist ganz klar, sprich eine sehr deutliche Sprache, ja. Also man muss schon sagen, 8 zu 0 für den SV Eutingen. Also sagt schon einiges aus. Ich würde sagen, man kann sich vielleicht ein bisschen daran orientieren, wie das Rückspiel jetzt auch laufen wird. Besondere Spieler ist auf Seiten von Eutingen nämlich ja Kraus zu nennen. 40 Tore in 21 Spielen ist... Wahnsinn. ...ist deutlich und auch völlig zu Recht Platz 1 der Torjägerliste. Es kann natürlich sein, dass jetzt im Wiederholungsspiel noch Tore dazukommen. Die kann ich jetzt leider nicht dazu ziehen. Natürlich, natürlich. Aber zu jetzigem Zeitpunkt 40 Tore. Allein schon das ist eine Wahnsinnsmarke, sollte es dabei bleiben. Trotzdem glaube ich nicht, dass er noch eingeholt werden kann, eingeholt werden wird. Wie gesagt, sollte Eutingen gewinnen, schieben sie sich wieder auf den 1. Platz. Das bedeutet der direkte Aufstieg und haben sogar noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Also ich glaube, die Augen aus Wittershausen werden so ein bisschen rüberschielen nach Eutingen, was da abgeht. Das ist ein Zweikampf, der sich da entwickelt hat über die letzten Wochen hinweg, der auch nicht so selbstverständlich ist. Ich weiß nicht, wer von allen Zuschauern unseren Stammtisch gesehen hat, wer das nicht gemacht hat, gerne mal auf YouTube oder Spotify vorbeischauen. Da könnt ihr ihn euch anhören oder anschauen. Da war der Kapitän aus Wittershausen zu Gast, der uns ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat. Und so wie ich das gehört habe, Wittershausen will sich voll auf sich konzentrieren. Finde ich eine sehr gesunde Einstellung und da gar nicht so gucken, was auf anderen Sportplätzen passiert. Für mich ist dieses Spiel, gerade gegen Bild Echingen, entscheidend für das Meisterschaftsrennen der A2 in nördlichen Schwarzwald, weil sich da rauskristallisieren wird, wer am Ende sich die Krone aufsetzen kann als Meister und direkt Aufsteig in die Bezirksliga in nördlicher Schwarzwald. Ja, also ich möchte dem kurz hinzufügen, dass ich wirklich beiden Mannschaften gönne, dass sie hochgehen. Ansonsten würde ich vielleicht einfach aus dem Bauch heraus auf die TSG Wittershausen tippen. Okay. Ganz nach Gefühl. Okay. Sehr interessant. Ich würde sagen, wir kommen zu unserer Rubrik. Und Topspiel lassen wir ausfallen, einfach weil wirklich nicht so viel los ist dieses Wochenende. Und wir euch jetzt schon die wirklich wichtigen Spiele präsentiert haben. Wir springen direkt in die Rubrik. In die Rubrik Pfiff der Woche. Und der führt uns nochmal zurück zum TSV Elshoven und dem VfV Fuligen, weil da wird die Partie geleitet von Tobias Lauber und seinem Schiedsrichterteam Tobias Lochmüller und Ulrich Gärtner. Tobias Lauber, Schiedsrichtergruppe Feigen, sein Verein der Zugehörigkeit der TSV Kleingladbach. An der Stelle habe ich noch nie gehört. Du, Matze? Nee. Kleingladbach war interessant bei der Recherche. Kleingladbach. Also die großen Gladbacher spielen in der Bundesliga, das ist nur Kleingladbach. Genau, und da hoffe ich, dass es bei den Kleingladbachern besser läuft. Ja. Wie beim Team von noch Daniel Farke. Zurück zu Tobias Lauber. Ich habe nur seine Landesliga-Partien gefunden. Ich bin mir sicher, der Mann hat auch schon anderes gepfiffen. Aber in den letzten zehn Jahren kommt er auf 123 Einsätzen in der Landesliga, bei denen er 144 Mal gelb zeigte, 3 Mal gelb-rot und 6 Mal glatt-rot. Und ich finde immer, dass das im ersten Moment irgendwie viel klingt. Ist es aber nicht. Nö. Einmal kurz geteilt durch die Spiele. Ganz wenig Karten hat er da eigentlich verteilen müssen. Im Schnitt etwas mehr als eine Karte. Ich glaube, der Mann lässt viel laufen, oder? Ja, absolut. Also ich glaube, der wartet auch gerne ein bisschen die Vorteilsituationen ab und versucht einfach den Spielfluss zu halten. Und Schiedsrichter, guck, dass ihr es laufen lasst. Es gibt Fouls und Aktionen, die musst du abpfeifen, gar keine Frage. Aber es ist, jeder Fußballer kennt es, zu viele Pfiffe. Der ständige Unterbrechung tut dem Fußball nicht gut, macht den Zuschauern auch keinen Spaß. Deswegen, wenn es geht, gerne so, wie Tobias Lauber das überwiegend handhabt. Viel Landesliga, du sagst es, ich habe es auch mal vor mir. Ich mache mir da keine Sorgen. Ich glaube, gerade für dieses Spiel, der Verband ist sich sicherlich bewusst, um was es da geht. Wir haben es angesprochen bei Pvolingen. Da ist es wirklich, da geht es noch um einiges. Also für beide Mannschaften. Die einen können sich etwas Platz verschaffen, die anderen können vielleicht etwas rausspringen. Dementsprechend werden beide an dieses Spiel rangehen. Es wird wahrscheinlich körperlich zur Sache gehen. Gehe ich von aus. Und dann ist da ein erfahrener Mann, 37 Jahre. Ich glaube, der Kollege wird da schon wissen, was er tut. Und ich mache mir da gar keine Sorgen, dass wir da einen erfahrenen Schiedsrichter haben. Wahrscheinlich auch bewusst gewählt. Einen Schiedsrichter, der es eher ruhiger angehen lässt. Genau. Für eine mögliche, sehr hitzige Party am kommenden Samstag. Und eigentlich sind wir damit schon am Ende dieser Folge angelangt. Streams wird es keine geben. Erst nächste Woche wieder. Dazu aber dann nächste Woche mehr. Vielen Dank für alle, die eingeschaltet haben. Schreibt mal wieder unten rein. Beziehungsweise schreibt mal dieses Mal nicht rein, wo ihr auf welchen Sportplätzen seid oder was wir vergessen haben. Schreibt mal rein, was ihr an Pfingsten eigentlich so treibt. Mich würde es mal interessieren. Seid ihr an Pfingsten eher Team? Ich möchte trotzdem so viel Fußball konsumieren, wie es geht. Oder, nee, jetzt habe ich schon spielfrei oder kein Spiel. Oder es geht sowieso wenig. Jetzt gönne ich mir auch mal eine komplette Pause vom Fußball. Und beschäftige mich mit etwas ganz anderem. Schreibt es mal unten rein. Und von dir ganz kurze Einschätzung. Wie machst du es? Also bei mir wird es am Samstag noch viel Fußball geben. Am Sonntag wird es dann doch eher familiär. Und der Montag ist noch offen, bin ich ehrlich. Der Montag ist noch offen, Leute. Also wer Montag was geplant hat, gerne mal bei Stefan melden. Der hat da Zeit und könnte da vorbeischauen. Ich habe auch Zeit. Also gerne auch bei mir melden. So ist es nicht. Bei mir wird es auch wahrscheinlich ruhiger angehen. Aber war es auch die letzten Wochen so oder so. Nichtsdestotrotz, schreibt es unten mal gerne rein. Lasst ein Like da. Lasst ein Abo, da wer es noch nicht gemacht hat. Würde uns sehr freuen. Und wer sonst Fußball ganz viel konsumieren möchte, schaut gerne auf Instagram vorbei. Und wie gesagt, alle alten Folgen, vom Stammtisch gerne mal reingucken auf YouTube oder aber auch auf Spotify, Sportlerfrühstück. Und ich verabschiede mich schon mal, wünsche allen frohe Pfingsten oder wie man auch immer das sagt. Ich weiß es gar nicht. Genießt die Feiertage auf jeden Fall. Genießt die Pause. Ich glaube, man sagt frohe Pfingsten. Ja, gell? Ich glaube auch. Bleibt gesund. Habt euch lieb. Und die letzten Worte hast du wie immer. Wahnsinn. Ich würde jetzt gerne einfach mal was anderes sagen wie frohe Pfingsten. Ich wünsche euch coole Pfingsten. Ja, mal coole Pfingsten. Ja, dieses frohe, dieses Friede, Freude, Eierkuchen ist manchmal langweilig. Habt richtig viel Spaß. Genießt die Tage. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Freunde.